Herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Projekt Bärnershof. Ja, heute ist schon die 60. Folge und wir werden wie angekündigt mähen und zwar auch Hektarweise. Und ja, ich glaube, ich habe gesagt, es ist noch gar nicht zu viel, sondern wir starten mit dem Zeitraffer. Ja, ich glaube, ich habe gesagt, es ist noch gar nicht zu viel, sondern wir starten mit dem Zeitraffer. Ja, ich glaube, ich habe gesagt, es ist noch gar nicht zu viel, sondern wir starten mit dem Zeitraffer. Ja, ich glaube, ich habe gesagt, es ist noch gar nicht zu viel, sondern wir starten mit dem Zeitraffer. Ja, ich glaube, ich habe gesagt, es ist noch gar nicht zu viel, sondern wir starten mit dem Zeitraffer. Ja, ich glaube, ich habe gesagt, es ist noch gar nicht zu viel, sondern wir starten mit dem Zeitraffer. Ja, ich glaube, ich habe gesagt, es ist noch gar nicht zu viel, sondern wir starten mit dem Zeitraffer. Ja, ich glaube, ich habe gesagt, es ist noch gar nicht zu viel, sondern wir starten mit dem Zeitraffer. Ja, ich glaube, ich habe gesagt, es ist noch gar nicht zu viel, sondern wir starten mit dem Zeitraffer. Ich bin so großartig, Bis zum nächsten Mal. Outro 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020